Hallo Antoine, schön dich hier in El Medano zu sehen. Wie lange wirst du hier? Ich habe drei Wochen zu bleiben. Ich habe noch eine Woche zu gehen. Und du trainierst hier oder was machst du hier? Für PBR oder für die neue Saison? Nein, ich mache nicht den PWA Slalom, aber ich habe viel zu machen, mit allen Speed-Events, all den langen Distanzen. Ich habe auch einen Long-Distance-Event zu organisieren. Und dann habe ich auch mein Zephyr-Projekt. Ich kam hier zum Wasser, weil es ein bisschen kalt war im Dezember, Januar. Ich habe nicht viel geholfen, und ich wollte mit den Jungs weitergehen. Die Jungs sind alle sehr nervös. Sie haben mir gesagt, ich glaube nicht, dass du dieses Jahr nicht konkurriertest. Ich bin sehr sicher, dass einige Leute denken, dass ich an den Eventen gehen werde. Aber ich werde das nicht machen. Wenn wir das Event in Marignane haben, dann werde ich das ja machen. Okay. Aber Söld, kommst du? Nein, ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Denn es ist viel Geld, um zu reisen. Ich habe auch noch viel Geld, aber auch noch viel Geld. Ich habe viel Geld zu tun, mit dem Diffy Wind und dem Diffy Wind. Und dann habe ich auch noch einen Monat in Namibia gehen. Das ist ein großes Geld. Ich werde nicht nach Söld gehen. Und in Namibia, hast du ein neues Konzept für das Rennen? Nein. Ich habe auch noch neue Fins, aber auch noch neue Säle. Ich werde versuchen, zu sehen, wie es geht. Aber es wird mehr oder weniger die gleiche Sache sein. Und dein Projekt, wie funktioniert es jetzt? Es funktioniert. Es ist wirklich schwer, weil es immer noch ein Budget gibt, weil wir versuchen, zu recherchieren, wie können wir die Ziele schneller machen. Es ist ein großes Projekt, viel Geld, viel Geld zu bauen. Wir suchen Partner. Wir haben jetzt ein bisschen Partner gefunden. Wir brauchen noch mehr. Und wir gehen weiter. Wir planen, zu gehen in den Wind-Tunnel in März. Das ist gut. Und hast du bereits mit Elektronik in der Bord? Wir haben diese Inertielle-Centrale in der Bord, in der Bord. Okay. Sie calculieren alles, wie dein 3D-Movement auf dem Planeten. Und es ist die gleiche Maschine, die in den großen Bord. Die 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 Bord. Das ist auch Das ist auch viel Geld. Es ist schwierig. Wir brauchen gute Partner zu kommen mit uns in der Aventure. Und wir gehen weiter. die Bord. Aber die Universitäten helfen dir? Wir haben die Universität der Südbritannien, die mit uns folgen. Wir haben sieben Gruppen von drei Kinder. Kinder? Teenager, weil sie nicht Kinder sind. Und sie arbeiten auf verschiedene Projekte, wie die Bord. 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 Das hat wunderbare Menschen. Die Bord. an die Bord. Also denkst du. Der Wüst sei. Dann wie schnell ist es ? Ich denke. Ich weiß nicht, dass wir jetzt auf dem Feil haben, wir sind in einem kleinen Limit. 40 ist der Limit oder nicht? 40 ist, niemand geht zu 40. Ich weiß, dass Nicola Goyard sehr schnell ging. Yesterday, du warst 45. Ich habe dich gesehen. Ah, ja? Ich konnte es mit meinen Augen measureieren. Aber wo? Ja, du warst auf dem... Nein, aber Nicola Goyard ist nicht hier. Nein, nein, aber du warst so schnell. Nein, wir waren nicht. Yesterday, wir gingen etwas über 30 Nr. Okay. Aber es ist ziemlich schwierig. Yesterday, es war sehr schwer, also wenn du in Flattwärter fährst, wird es ein bisschen schneller gehen. Aber wir haben Probleme mit der Stabilität mit dem Feil, die wir haben. Okay. Die sind zu groß oder du brauchst ein neues Design? Die sind nicht zu groß, weil wir kleine Wände benutzen. Aber wir haben Probleme mit der Stabilität. Es ist wie wenn du einen Rundler auf 100 Meter auf einem Fuß hast, er wird dir sagen, ich kann es nicht, aber ich werde schnell gehen. Okay. Wir sind in dieser Situation. So mit Zephyr arbeiten wir viel auf das. Und du denkst, dass es ein totales neues Feil-System braucht? Ja. Okay. Ich will nicht alles sagen. Okay. Okay, okay. Das ist interessant. Aber wenn du intelligent bist, wirst du sehen, was du brauchst. Aber du brauchst es, dass du es auf dem Weg hast. Du brauchst es, um es zu bauen. Du brauchst es, um es zu probieren. Du brauchst es nicht so, mit keinem Geld. Aber du denkst auch, dass in ein paar Jahren alle Kunden haben diese Technologie? Okay. So mit Zephyr arbeiten wir auf das. Wir arbeiten auf dieses Projekt. Wenn es funktioniert, werden wir es um etwas einfacher zu benutzen. Für die normalen Menschen gehen auf den Wochenende oder so weiter. Das ist es einfacher, um zu 30 Metern. Du kannst vielleicht zu 40 Metern und vielleicht zu 50 Metern. So, ja, wir arbeiten auf dieses Projekt. Zephyr ist eine hohe Technologie, aber wir wollen es auf den normalen Windsurfer verlassen. Und dann mit NilePride oder mit deinem Brand? Wir wissen es noch nicht. Wir arbeiten auf das Projekt. Wir haben das Geld, also wir werden mit Zephyr. Ja, für sicher. Und wie ist dein Mann, nach all diesen Jahren zu spielen? Hast du viele Backpäne oder was machst du? Ah, mein Körper? Ja, dein Körper. Ja, wir fühlen die Jahre, für sicherlich. In der Morgen fühlst du ein bisschen mehr tired. Aber im Endeffekt, ich würde sagen, dass man mit Zephyr für vier, drei, fünf Stunden ist so viel einfacher als zu gehen, denn mit Zephyr. Weil mit Zephyr, du bist immer sehr hart, du bist super hart, du bist, und du bist mit Zephyr. Und alles. Und mit Zephyr, du lässt es einfach gehen, du bist mit Zephyr. Es ist eher eine Füllung, eine Füllung, eine Füllung, eine Füllung. Also, am Ende des Tages, du fühlst nicht so hart, wenn du mit Zephyr für vier Stunden bist. Das ist für sicher. Das ist für mich besser. Und was ist deine heutige Fitnessroutine? Meine heutige Fitnessroutine ist, die Familie zu beachten. Also, ich werde dir sagen, dass ich in den letzten drei Jahren habe ich mein Haus gebaut. Also, ich habe mein Gym, das ich habe gemacht. Also, ich habe noch nicht in den letzten drei Stunden gelesen. Also, jetzt habe ich das Haus, ich habe auch das Gym. Also, ich werde wieder gehen, weil ich mehr Zeit habe. Okay. Ich habe kein Geheimnis. Das Geheimnis war, dass ich auf das Wasser so viel konnte. Und ich habe viel zu testen, dass ich bereit bin, mit all den Gears, mit all den Kombinationen möglichen. Und trainieren auf das Wasser. Jibing, starten. Das ist toll. 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 Und du gehst auch mit dem Bicke? Oder für Fitness? Oder für Spaß? Mit dem Bicke? Ja. Mit dem Bicke. Das Bicke dauert lange Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wir müssen uns auf die Arbeit. Ich kann nicht nur drei Stunden leben. Nein, das ist nicht möglich. Wenn ich drei Stunden leben kann, dann gehe ich auf das Wasser. Meine Priorität ist, auf das Wasser zu gehen. Und wann war das letzte Mal, dass du mit Robin Nash auf dem Wasser rätst? Oh. Ich glaube, es war ein Surfing-Ride in 1000 Pics in Maui. Okay. Es war ein kleines Waves auf dem Bicke. Das war ein Spaß. Okay. Und will du noch mal in Maui gehen? Ich plane, um in Januar zu Maui gehen. Weil die französische TV mich jetzt seit zwei Jahren folgt. Für einen langen Ripport. Und wir wollten da gehen. Aber es war zu viel günstig. Wir können es einfach nicht kaufen. Ich hoffe, ich gehe im nächsten Winter. Okay. Und vielleicht sehen wir ihn. Ja. Und du denkst, dass es noch viel Geld in Wind-Surfing für Pro-Riders gibt? Oder sind es schwierige Zeiten? Es ist mehr und mehr schwieriger. Ich denke, das Problem ist, dass es zu viele Branden gibt. Okay. Und dann musst du all das Essen für alle Branden distribuieren. Das ist das Hauptproblem. In dem Wind-Surfing und Wingen und all das. Es gibt zu viele Branden. Es ist sehr schwierig für die großen Branden, die bereits einen großen Namen haben, um Geld zu investieren. Und das ist das Hauptproblem. Und du denkst, dass es ein Veränderungen zwischen den neuen Mannen gibt, die nach Wind-Surfing gehen, nach Wind-Surfing gehen? Oder ist es die andere Seite? Von Wind-Surfing zu Wind-Surfing? Für die normalen Menschen? Ja. Ich denke, ich sehe in meinem Platz, dass wir jetzt viele Wings haben. Aber ich denke, es ist überall in der Welt. Das ist ein Widersport. Ich war niemals gegen den Wingen. Ich war immer gegen den Wingen. Ich war immer gegen den Wingen. Ich bin nicht gegen den Wingen. Ich bin nicht gegen den Wingen. Ich möchte versuchen, alles zu versuchen. Was ich mag, ist, wenn die Leute auf dem Wingen gehen, machen, was sie wollen. Ich habe das Zentrum. Du kannst alles machen, was du willst. Wo ist es? Es ist, wo ich live. Es ist die Ile de Re. Es ist eine sehr kleine Lande, nahe zu La Rochelle, auf der Atlantik-Kost. Und ich sehe, dass viele Leute wieder auf dem Wingen gehen, um etwas Neues zu lernen. Es ist nicht so schwierig, die Wingen zu manipulieren. Es ist sehr gut. Es ist wirklich gut. Wenn du hierher kommst, das ist ein Mix von Kiten, Wingen und Windsurfing in der Bayer of Medano. Es ist unglaublich. Hast du einen Tricks für eine gute Speed? Für einen normalen Windsurfer? Für eine gute Speed? Aber erstens musst du zum besten Platz gehen. Okay. Wo ist das beste Platz? In Urie. Das beste Platz ist in La Palme, in der Südde der Fransche. Okay. Weil es flatt ist, der Wind ist auf dem Boden. La Tramontagne fliegt fast jeden Tag. Also kannst du da gehen. Und wenn das Wasser flattere, dann geht es 5 Knoten schneller. Das ist das beste Platz, um die Speed zu gehen. Und danach reduzieren wir die Größe des Bordes. Okay. Don't be scared, wenn du eine kleine Bordes benutzt. Denn du wirst keine Probleme damit haben. Und wie wichtig sind die Fins? Die Fins sind sehr wichtig. Du kannst die asymmetrischen Fins bekommen. Das ist sicher, weil du weniger spinnst. Und das ist das, was du brauchst, um schnell zu gehen. Okay. Das klingt so einfach. Du bist der schnellste Mann auf der Erde. Ja. Mit dem Wind-Surf-Bord. Warst du nervös, wenn du die Leute auf dem Kanal gesehen hast? Oder hast du gedacht, du denkst oder? Ich weiß nicht. Ich will gehen. Ich will gehen. Ich wollte gehen. Ich konnte nicht gehen. Ich konnte nicht gehen, weil ich die PWA machen. Es gab immer die Spiele. Ich war immer in Japan. Ich konnte nicht gehen. Ich wollte das Jahr. Ich wollte das Jahr. Aber ich habe mehr Zeit, um bereit zu gehen. und mehr Zeit zu gehen. Ich bin sehr glücklich, um zu Lideritz zu gehen. Es ist der beste Ort, um schnell zu gehen. Es ist jetzt der beste Ort. Ich hoffe, dass sie den Kanal wiederentwickeln in eine andere Richtung werden. Ich hoffe, es wird gut sein. Wir werden schnell gehen. Okay. Great. Und wo hast du dich in 30 Jahren gesehen? In 30 Jahren? Ja. In 20 Jahren? Ja. In 20 Jahren. In 20 Jahren. Ich hoffe, ich werde auf das Wasser gehen. Ich hoffe, ich werde auf das Wasser gehen. Ich hoffe, Wir wissen nicht, Denn die Entwicklung geht so schnell. Aber ich werde noch auf dem Eiland, wo ich lebe. Es ist schön. Ich denke, dass deine Kinder auch das Wasser lieben. Ja, sie gehen auf das Wasser. Ich weiß nicht, ob sie spielen. Aber wenn sie fahren können, ich möchte, dass sie alles fahren können. Dass sie alles tun können. Dass sie alles tun können. Okay. Ja, ich werde näher zu dem Meer. Warum nicht in Medano, in diesem herzlichen Apartment? Ja. Mit dem Océan. Das wäre perfekt. Ja. Danke. Danke. Okay. Danke. Thank you very much. No problem. Have a good time.